Musik Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Skikanal Und zuallererst möchte ich mich bedanken für die vielen Aufrufe und netten Kommentare zu dem letzten Video aus Zermatt Wenn du das Video noch nicht gesehen hast, kannst du einfach hier oben auf das i klicken, dann kommst du direkt zu dem Video Bevor ich euch jetzt einen exklusiven Einblick in das Video gebe, was ich anlässlich des kostenlosen Audioprogramms 5 extremen Situationen beim Skifahren die Lösung gemacht habe, möchte ich kurz ankündigen, was diese Saison alles hier so abgehen wird Zuallererst habe ich einen neuen Kanal eröffnet, der heißt Skigymnastikkanal Und da gebe ich kostenlose Tipps, wie ihr euch vorbereiten könnt und auch Workouts zum Mittrainieren Und würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut, wenn ihr euch auf die Skisaison vorbereitet Hier ist auch wieder ein Link hier oben auf dem i und auch unten in der Videobeschreibung ist alles kostenlos Und könnt ihr einfach so dann mit trainieren Für die, die sich spezifisch vorbereiten wollen, also nach einem Plan, wo man sich von Woche zu Woche steigert Wo man dann am Ende des Zykluses auf seiner maximalen Leistungsfähigkeit ist und dann wirklich fit in den Skiurlaub zu gehen Der kann mit dem Code Saisonstart25 aktuell bis zum Ende des Monats, also in diesem Monat September 25% auf meine Fit4Ski-Programme sparen Link ist unten in der Beschreibung, das ist jetzt hier eine einmalige Aktion, dass doch alle wirklich fit in die Skisaison kommen Das war das eine, Thema Skicamps Vielen, vielen Dank für die vielen Buchungen Das erste Camp in Hinterzug ist schon ausgebucht in Sölden und in Hochgurgel sind noch ein bis zwei Plätze frei Also wenn ihr da noch Interesse habt, nicht mehr zu lange warten Und dann wird es auch noch mehrere Camps im Januar, Februar, März, April und natürlich auch wieder ein Sommercamp geben Die Termine kommen dann bald online So, ich möchte die Community hier auf dem Kanal stärken und natürlich auch auf Instagram Und deswegen wird es in dieser Saison jeden Donnerstag um 18 Uhr einen Stammtisch geben Einen Livestream hier auf dem Kanal, wo wir zusammen einchecken, wo wir ein bisschen Zeit miteinander verbringen Wo ich eure Fragen beantworte, wo ich auch mal ein Thema erörtern kann Wenn es zum Beispiel um Equipment oder Skitechnik geht, dass wir noch besser in den Austausch kommen Würde mich freuen, wenn ihr euch das in den Kalender eintragt und dann sehen wir uns ab Nächste Woche dann um 18 Uhr hier auf dem Kanal und werden dann ein bisschen miteinander plaudern Und vielleicht auch das eine oder andere Kaltgetränk leeren Zudem wird es natürlich auch wieder Technik-Tutorials geben, Skivlogs, Videos, wo ich euch Skigebiete empfehle, wo ich Reviews gebe Also in gewohnter Manier Wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt, vielleicht auch zu dem Skimaterial, was hier im Hintergrund steht Oder zu der Covid-Geschichte, irgendwas, schreibt es gerne in die Kommentare Ich bin für jede Schandtat wie immer offen Hier noch eine Ankündigung Am 4.10. bin ich am Hintertürfischer Gletscher Wenn ihr da seid, dann connectt euch gerne mit mir in meiner Facebook-Gruppe Link ist auch unten in der Beschreibung Und dann machen wir ein kleines Get-Together Ich habe eh schon von ganz vielen gehört, dass wir da sind Dann treffen wir uns und gehen dann mal eine Runde gemeinsam Skifahren Das ist jetzt kein riesiges Community-Treffen wie im letzten Jahr Sondern eher so eine spontane Sache Das ist ja auch schon in zwei Wochen Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema des Videos Zu dem Hörbuch 5 Extremsituationen beim Skifahren Die Lösung Um welche Extremsituationen geht es eigentlich? Um steile Pisten, um glatte Pisten, um Sulzschnee und Buckel Um Tieschnee und schlechte Sicht Und da erkläre ich euch in einem kostenlosen Audioprogramm Das ihr euch im ersten Link in der Beschreibung runterladen könnt Wie ihr euch von eurer Skitechnik her anpassen könnt Und auch welches Equipment Sinn macht Und habt das so ein bisschen unterhaltsam verpackt Und wenn ihr euch das runtergeladen habt Habt ihr dann auch noch die Möglichkeit Euch ein Video und ein E-Book zu kaufen Für 19,90 Euro Also wirklich super, super günstig gemacht Dass sich das jeder leisten kann Dass ihr das nochmal visualisieren könnt Mit dem Video, aber auch mit dem E-Book Alles nochmal nachschlagen könnt Wir gehen da wirklich relativ tief in die Skitechnik rein Also das, was nötig ist, um uns alles zu verstehen Und da ist es, denke ich, sinnvoll Auch nochmal mit den Grafiken Auch den Erklärungen im E-Book und dem Video Das Ganze nochmal nachzuvollziehen Für alle diejenigen, die nochmal tiefer in die Sache einsteigen wollen Und natürlich mich auch unterstützen wollen Weil solche Projekte tragen natürlich Dieses wunderbare YouTube-Projekt Und jetzt präsentiere ich euch Mein Einleitungswort Aus diesem Video-Kurs Könnt ihr euch gerne mal anschauen In welchem Stil das gehalten ist Und ob ihr auch da Interesse habt Euch das zu holen Was mich natürlich super freuen würde So Leute Das war's dazu Ich wünsche euch jetzt eine ganz gute Unterhaltung Und hoffen wir, dass wir eine geile Saison haben werden In diesem Sinne, macht's gut, euer Julian Ciao Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video In diesem Video werde ich euch mein Audioprogramm 5 Extremsituationen beim Skifahren Die Lösung vorlesen Und das Gesagte mit Skiaufnahmen visualisieren Dass ihr euch das Gesagte auch nochmal besser vorstellen könnt Und tiefer gehend verstehen könnt Zudem legt euch auch das Skript vor Wo ihr alles nochmal nachlesen und nachschlagen könnt In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Unterhaltung Und viel Spaß beim Umsetzen Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Fünf Extremsituationen beim Skifahren die Lösung. Wie du auf extrem steilen und eisigen Pisten bei schlechter Sicht, viel Tiefschnee und hohen Buckeln souverän und mit Leichtigkeit auf dem Ski stehst. Skifreunde, ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Audioprogramm. In diesem Audioprogramm schauen wir uns an, wie wir in jeder Situation souverän und mit Leichtigkeit auf dem Ski stehen können. Kurz vorab, in diesem Audioprogramm werde ich dich mit dem unter Skifahrern üblichen Du ansprechen. Das ist einfach persönlicher und für mich natürlicher. Skifahren. Was bedeutet Skifahren eigentlich für dich? Skifahren ist für mich die geilste Sportart, die es gibt. Beim Skifahren kann ich Raum und Zeit komplett ausblenden. Alle Alltagsgedanken, alle Sorgen sind auf einmal wie vergessen. Das ist für mich ein meditativer Zustand, wo ich komplett im Flow bin. Es geht für mich darum, sich dem Augenblick der Situation hinzugeben, um mich mit meinen Fähigkeiten bestmöglich anzupassen, meine Grenzen immer wieder neu auszuloten und manchmal auch Grenzerfahrungen zu sammeln, mich frei in der wunderschönen Natur zu bewegen, die kalte Bergluft einzuatmen, die intensive Sonnenstrahlung oder frisch gefallenen Schnee auf der Haut zu spüren. Einfach ein großartiges Erlebnis zu haben und ein Abenteuer fernab des Alltags zu erleben. Und natürlich nach getaner Arbeit auch einfach mal die Fülle und unbeschreibliche Schönheit des Lebens zu genießen. Beim Skifahren schwingen meine Emotionen einfach ein paar Oktaven höher. Das bedeutet für mich Skifahren. Beim Skifahren sind wir der Schönheit, aber auch den Extrem der Natur ausgesetzt. Und so haben wir nicht nur perfekte Skitage mit endloser Sonne, perfekt präparierten Pisten und unverspurten Tiefschnee neben der Piste. Sondern auch viele Tage, wo wir mit starkem Nebel, also schlechter Sicht zu kämpfen haben, wo sich die Ski endlosen Schneemengen erst nicht bewegen lassen wollen und nachmittags jeder sich gebildete Buckel eine neue, scheinbar unüberwindbare Herausforderung darstellt, wo die Piste spiegelglatt ist und wo sich vielleicht der eine oder andere denkt, dass Schlittschuhe ein geeigneteres Sportgerät wären als Ski. Neben diesen von der Natur vorgegebenen Situationen wird jeder Skifahrer in seinem Dasein auch mal mit Pisten konfrontiert, die steiler sind, als einem lieb ist, wo es gilt die warme, gemütliche Komfortzone zu verlassen und neue Fähigkeiten auszubilden. Diese 5 Problemfelder oder nennen wir es Wachstumspotenziale werden in diesem Audioprogramm behandelt. Hier schauen wir uns natürlich die dafür nötige Skitechnik an. Aber nicht nur. Wie es so schön heißt, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, dann liegt es an der Badehose. Deswegen schauen wir uns auch noch an, welches Equipment für welche Situation zuträglich ist und auch noch andere Faktoren, die ihr berücksichtigen könnt. Sie verlieren wirinya mit ihrer Faktoren. Vielen Dank.